Was geht da, Freunde? Herzlich willkommen hier zu meinen Tipps des zweiten Spieltags der Fußball-Bundesliga. Vergesst auf jeden Fall nicht, hier ein kostenloses Abo dazulassen, um in Zukunft meine Tipps nicht zu verpassen. Und liked sehr, sehr gerne das Video, schreibt mir eure Tipps in die Kommentare und wir starten direkt rein. Wie immer, keine Garantie für irgendwelche Wettscheine. Union gegen St. Pauli. Union mit einem langweiligen 1-1 gegen Mainz reingestartet. Das war genau mein Tipp, den ich auch so vorhergesehen habe, dass da jetzt nicht wirklich unbedingt das Feuerwerk abgebrannt wird. Dort St. Pauli hingegen hätte ich erwartet, dass man dort unentschieden spielt zu Hause. Heidenheim gewinnt am Ende mit 0-2. Ein Unentschieden wäre verdient gewesen. Ich denke auch nicht, dass wir hier unbedingt ein Feuerwerk sehen. Aber gerade wo ich jetzt hier rede, habe ich irgendwie ein Gefühl, dass St. Pauli gewinnen würde. Ich weiß nicht, was für ein Gefühl ich habe, aber mein Gefühl kann auch einfach kaputt sein. Und ich gehe jetzt hier aber mit einem Überraschungstipp und sage, dass St. Pauli in der alten Försterei mit 2-2 gewinnt. Und dann geht es weiter mit den Samstagsspielen. VfB Stuttgart gegen Mainz 0-5. Und da haben wir auch den Gegner vom ersten Spieltag von Union Berlin. Mainz 0-5, 1-1. Ja, beide teilen sich die Punkte. Stuttgart überraschenderweise in Freiburg mit 3-1 verloren. Das habe ich absolut gar nicht so predicted. Und ich glaube, viele von euch da draußen haben auch dieses Ergebnis, wenn sie in der Kicktipp-Runde sind, falsch gehabt. Dass Freiburg da gegen Stuttgart gewinnt, war schon eine Überraschung, muss ich sagen. Stuttgart hat noch extrem Probleme mit der Innenverteidigung. Da musste Stiller ja ran, der ja normalerweise eigentlich auf der 6 spielen tut. Innenverteidiger war da natürlich dann nicht so seine Traumposition. Hat man auch gemerkt, dass da was fehlt. Man wird jetzt auf jeden Fall noch einen Innenverteidiger verpflichten. Ich glaube sogar, wenn ich das gerade aufnehme, haben wir schon einen Dandil für einen neuen Innenverteidiger, der dann gegen Mainz, denke ich, spielen wird. Ich denke, zu Hause wird man auch wieder in die alte Spur finden. Und Stuttgart gewinnt das Ganze gegen Mainz mit 2 zu 0. Als nächstes Spiel haben wir dann Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim. Eigentlich hätte ich ja gedacht, dass es eine Punkteteilung gibt zwischen Kiel und Hoffenheim. Ist nicht der Fall gewesen. Kiel aber extrem stark gekämpft und hätten sich meiner Meinung nach auch den Punkt verdient gehabt. Frankfurt, unfassbar unglücklich gegen Dortmund. Mit 1 zu 0 verloren. Sorry, 2 zu 0. Vergessen, dass es ja da noch einen Treffer gab. Zweimal Jamie Beino-Gittens. Und da kann man halt wieder auch nur sagen, wer sie vorne nicht macht, der kriegt sie hinten. Ich glaube, wirklich 40 Sekunden später, nachdem Ciaibi das Ding wirklich übers komplett leere Tor rüberballert, macht Gittens auf der anderen Seite das 1 zu 0 für Dortmund. Und so schnell ist Fußball dann am Ende des Tages. Dann ist es natürlich doof gelaufen und man gibt das Spiel irgendwo aus der Hand. Frankfurt war die bessere Mannschaft. In der ersten Halbzeit hat man nicht viel von Dortmund gesehen. Aber hier wird es jetzt auch die ersten drei Punkte für Frankfurt geben. Sie werden gegen TSG Hoffenheim mit 3 zu 1 gewinnen. Jetzt kommt eine sehr, sehr geile Partie, wie ich finde, die auch immer so ein bisschen Überraschungspotenzial hat. Werder Bremen gegen Borussia Dortmund. Vor allem Dortmund zu Gast in Bremen sind immer extrem geile Spiele. Wäre auch meiner Meinung nach ein viel, viel geileres Abendspiel. Also klar, Leverkusen-Leipzig ist leider vom Namen her gut. Aber einfach, ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Bremen gegen Dortmund. Geile Partie. Werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Ich weiß nicht, ob ich, ich werde mir die Konferenz reinziehen. Aber Einzelspiele wäre natürlich auch geil. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Bremen mit einem Unentschieden in Augsburg. Kann man sich darüber streiten, ob es verdient war oder nicht. Ich würde sagen, eine Punkteteilung ist okay. Man kann dann noch einen Elfmeter bekommen. Also Augsburg kann noch einen Elfmeter bekommen. Dann sieht das Ganze anders aus. Dortmund hat sich extrem schwer getan gegen Frankfurt. Habe ich auch gerade schon erwähnt. Deswegen, ich denke auch gegen Bremen wird es jetzt nicht unbedingt leichter werden. Das ist eine Mannschaft, die ist scheiße schwer zu bespielen. Und ich glaube, wenn Dortmund hier gewinnt, dann wird es sehr, sehr knapp. Und zwar mit einem 2 zu 1 gehe ich jetzt hier einfach mal. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es dort eine Überraschung gibt. Und Bremen vielleicht ein Pünktchen mitnimmt. Das Spiel ist für Dortmund immer so ein bisschen schwierig, finde ich. Aber es ist auch einfach ein geiles Spiel. Das vorletzte Samstagsspiel ist dann VfL Bochum gegen Borussia München Gladbach. Bochum hat sich ja super verkauft gegen Leipzig. Knapp mit 1 zu 0 verloren. Hätten auch eigentlich einen Punkt verdient gehabt. Und Gladbach hat sich auch super verkauft gegen Leverkusen. Ich gebe Bochum jetzt hier noch den leichten Heimvorteil dazu. Dazu das Spielerische, was nicht schlecht war. Ich bin hier sehr am überlegen, ob ich mit dem Gladbach-Sieg oder an den Unentschieden gehe. Und ich entscheide mich jetzt hier einfach fürs Unentschieden. 1 zu 1 zwischen Bochum und Gladbach. Und die letzte Samstags 15.30 Partie ist dann Kiel gegen Wolfsburg. Kiel hat mir gegen Hoffenheim sehr gut gefallen. Hätten einen Punkt verdient gehabt. Haben dann noch eine unglückliche gelb-rote Karte gesehen. Wolfsburg gegen Bayern. Extrem gute zweite Halbzeit. Die erste Halbzeit war komplette Katastrophe. Zweite Halbzeit war richtig gut. Schön vorne gepresst. Viele Chancen herausgespielt. Wenn man so gegen Kiel auftritt, dann hat man als Holstein-Kiel kaum bis gar keine Chance. Und deswegen sage ich hier auch, dass Wolfsburg das Ganze mit 2 zu 0 gewinnen wird. Und dann kommen wir zum Top-Spiel. Und zwar Leverkusen gegen RB Leipzig. Leverkusen hat sich ja gegen Gladbach noch etwas schwer getan. Die Defensive ist alles andere als gut. Die Offensive ist top, wie immer. Und Leipzig hat sich gegen Bochum aber jetzt auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Deswegen finde ich dieses Spiel sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Und ich finde es ultra schwierig, jetzt hier irgendwie ein Ergebnis zu sagen. Es könnten 2-1 für Leverkusen werden. Es könnte auch eine komplette Abschlachtung werden, dass sie dann wie auf einmal 3-4-1 gewinnen. Es könnte auch in die andere Richtung gehen, dass wir hier eine Unentschieden sehen. Ich gehe jetzt einfach mal mit einem etwas knapperen Ergebnis. Wir kennen sie immer, die 90. plus 10. Deswegen sage ich einfach 2 zu 1 für Leverkusen. Aber vielleicht auch 1 zu 1. Vielleicht auch höher. Ich weiß es nicht. Sagt es mir sehr, sehr gerne, was ihr denkt. Und dann kommt zur ersten Sonntagspartie. Und zwar Heidenheim gegen Augsburg. Heidenheim ja in St. Pauli mit 2 zu 0 gewonnen. Auch das war etwas glücklich. St. Pauli hätte sich den Punkt auf jeden Fall verdient gehabt. Habe ich ja auch vorhin schon gesagt. Und Augsburg holt sich auch zu Hause in den Punkt gegen Werder Bremen. Ich glaube, das wird jetzt auch kein Spitzenspiel. Ist ein relativ langweiliges Spiel, wenn man das mal ganz kurz so anmerken darf. Da wird es nicht so viele Tore geben, denke ich. Deswegen gehe ich jetzt hier auch einfach nur mit dem ganz stumpfen 1 zu 1 zwischen Heidenheim und Augsburg. Und dann kommen wir zum zweiten Sonntagsspiel. Eine sehr, sehr geile Partie. Bayern München gegen SC Freiburg. Freiburg in München tut sich ja immer relativ schwer. Wenn es jetzt andersrum wäre, dann könnte man da auf jeden Fall drüber nachdenken, ob es da vielleicht einen Punkt für Freiburg gibt oder sie sogar gewinnen. In München sehe ich da jetzt nicht wirklich was anbrennen. Bayern im ersten Spiel gegen Wolfsburg, erste Halbzeit, bockstark. Viele Chancen sind herausgespielt, dominant nach vorne gespielt. War wirklich sehr, sehr gut. Zweite Halbzeit entgegen war dann schon eher katastrophal. Wobei man da auch da sagen muss, die Offensive hat super funktioniert. Da hat alles so gepasst. Die Defensive mit Uba Minkano, mit Kim, mit Davis ist einfach nicht tauglich, um irgendwelche Titel diese Saison mitzuspielen. Man muss es so hart sagen, mit diesen drei Leuten da hinten drin gewinnt man nicht mal die Kirmes-Machsterschaft. Wenn man das Spiel jetzt umdrehen würde und Bayern wäre in Freiburg zu Gast, dann würde ich da auf jeden Fall einen Punkt gewinnen, mindestens für Freiburg sehen. So in München sehe ich da jetzt nicht wirklich großartig was anbrennen. Ich denke, dass wir hier auch wieder viele Gegentore sehen und gehe jetzt einfach mal hier mit einem kleinen Spektakel und sage, dass Bayern das Spiel mit 4 zu 2 gewinnen wird. Und natürlich möchte ich, ich habe jetzt in Freiburg ein bisschen vergessen, darauf einzugehen. Super stark gespielt gegen Stuttgart, 3 zu 1 zu Hause gewonnen. Haben da wirklich eine super Partie hingelegt. Wie gesagt, wenn es in Freiburg stattfinden würde, dann würde ich da auch mit einem Unentschieden, vielleicht sogar Richtung Sieg für Freiburg, wäre vielleicht zu viel, aber ein Unentschieden würde ich gehen. Aber in München sehe ich Freiburg einfach noch nicht so, also ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Deswegen sage ich, viele Gegentore und viele Tore werden fallen. Deswegen 4 zu 2 am Ende des Ergebnisses. Wir sehen uns dann auf jeden Fall am Freitag zu den Fazits wieder, am Samstag und am Sonntag. Und dann sehen wir uns da wieder. Haut rein. Ciao.